4,4 Punkte hat er Vorsprung, Kranerüth, das heißt 229,5. Auch die sind schnell dahin, wenn der Flug nicht hundertprozentig passt. Braucht Andi 230 Meter, Kranerüth oder Kraft, wer gewinnt? Boah, der geht jetzt, der ist ihm gelungen. Ja, Kranerüth, Kranerüth ist leicht drüber. Ja, ja, mit einer sauberen Landung, Durchschnittsnote 18,0 braucht er. Ja, 18,5, 18,5, 18,5, da ist er drüber. Er feiert schon. 231 Meter, ja.